Life is Battle Was geht ab Leute? Euer Pierre hier mit einer weiteren Ansage zur Life is Battle Area. Die Anwältefrist ist vorbei. Wir nehmen keine weiteren Bewerbungen mehr an. Denn unsere 32 offiziellen Teilnehmer stehen fest. Und ich kann euch nur sagen, es wird brachial, brutal und unvergleichbar mit irgendwas anderem sein. Bei 10.000 Abonnenten werden wir einen weiteren Trailer rausballern. Wo wir die ersten Gesichter und Namen unserer Teilnehmer bekannt geben werden. Also abonniert unseren Kanal weiterhin, damit wir stetig wachsen. Daraufhin werden wir auch das Regelwerk bekannt geben, wie vor kurzem angekündigt. Mit einem zweiten und weiteren Trailer weitere Namen und Gesichter bekannt geben. Und dann bei 15.000 bis 20.000 Abonnenten offiziell mit der Qualifikationswelle starten. Abonniert unseren Kanal Life is Battle und seid Zeuge von etwas ganz Großem. Peace. 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 Peace.